Insanity, meine Besten! Hier ist für euch Marc und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Super Mario Bros. 3. In der letzten Folge haben wir die Röhrenwelt endlich hinter uns gebracht. Ich bin fast durchgedreht bei diesen ganzen blöden Piranha-Pflanzen und wir haben Ludwig van Koopa besiegt, der jetzt erstmal leider keine wundervollen musikalischen Kompositionen mehr erschaffen wird. Ja, und Bowser hat, während wir rumgereist sind und alle möglichen Königreiche gerettet haben, die Prinzessin Toadstool entführt. Wer hätte es gedacht? Tja, und unsere Aufgabe ist es jetzt natürlich, sie zu befreien und wir konnten zum Glück direkt in Bowsers Heimatwelt gelangen, in die Welt 8 und ganz ehrlich, dieser Ort ist die reine Hölle. Und wir sehen schon, wir haben es hier mit Panzern zu tun, mit fliegenden Kanonenschiffen. Oder mit flimmenden Kanonenschiffen, keine Ahnung. Ja, beginnen wir. So richtige Level in dem Sinne gibt es hier kaum, aber ich liebe die Atmosphäre dieser Welt. Das muss ich ganz klar sagen. Wir haben hier also an sich jetzt die ganze Zeit irgendwelche coolen Autos, oder nicht so coolen, aber halt irgendwelche Autoscrolling-Level und so weiter. Oh nein, dich will ich überhaupt nicht wissen. Ah, was mache ich hier wieder? Nein. So, hier rauf mit uns. Ja, diese Level, oh mein Gott. Die können so richtig gemein werden. Und sie sind halt wirklich, wirklich zahlreich. So wie noch nie vorher in keiner anderen Welt. Ja, wir müssen ja an sich jetzt eine Panzerbrigade und eine Kampf-Kriegsschiff-Brigade und so nach der nächsten hinter uns bringen. Um bis zu Bowser durchzukommen. Es gibt auch normale Level, also Level 1, Level 2, Level 3 und so, aber, ja, die sind rar gesät in Bowsers Welt. Denn, ja, er versucht wirklich alles, damit wir schlärmen und damit wir Piddle nicht zurückholen können. Oder damit wir zumindest besiegt sind oder was auch immer. Ah, und diese ganzen Bob-Oms, die ärgern mich wirklich, muss ich sagen. Vor diesen Bob-Oms habe ich wirklich, wirklich Respekt. Denn, ihr seht, der Explosionsradius ist nicht allzu gering. Und man muss immer schauen, dass die sich irgendwie gegenseitig ausschalten oder so. Wow, das war jetzt echt knapp. Wenigstens bewegt sich alles relativ langsam vorwärts. Ah, wir scheinen aber, das Ende erreicht zu open. Oh mein Gott. Ein Glück, dass wir... Oh, da... Ah, Mist. Ja, klar. Da traut man sich einmal so ein bisschen weiter vor. Und schon... wird man von der gigantischen Megakanone des Todes gefickt. So ist das doch immer. Oh, ich... Und ich glaube, ja, wir müssen, glaube ich, gegen Bum-Bum kämpfen, oder? Oh, nee, gegen einen... Einen Bumerang, Bruder. Wow. Aber dafür kriegen wir... Yo, wir kriegen immer ein Item dafür. Hatte ich ganz vergessen, dass das am Ende immer kommt. Ja, gut, einen Stern brauchen wir jetzt nicht so zwingend, denn die Level dauern. Einfach lang, und da können wir nicht viel dran ändern. Äh, nee. Hammer, Bruderanzug werde ich auf keinen Fall einsetzen. Ich bin ja nicht... Nicht des Wahnsinns. Gut, den Hammer brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Da durch die Röhre. Kommen wir da durch? Ich meine, wir kommen durch, sicherlich. Aber bringt uns das was? Vermutlich nicht. Wir probieren es trotzdem einfach mal. Und... Nein, natürlich bringt uns das nicht weiter. Oh mein Gott, diese Stelle da unten. Dieser Ort. Das wird noch gefährlich. Das wird noch sehr gefährlich. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Okay. Nächstes Level. Schiffe, meine ich. Jo. Okay, waren keine fliegenden Kanonenschiffe, aber es waren einfach nur Kanonenschiffe. Kanonenschiffe, Kriegsschiffe. Und da... So, ganz flott hier durch jetzt. Und erstmal richtig schön sterben, damit wir... Na, also das ist jetzt einfach nur das Scherben ist, damit Bowserham denkt, aha, dieser Mario, der ist tot und der kann nichts und so weiter. Und damit er uns unterschätzt und vielleicht nur ein einziges dieser Schiffe zu uns schickt. Und ich habe das Gefühl, diese... Okay, nee, die kommen doch wieder. Ich dachte vorhin, die Monty Malwürfe kämen vielleicht nicht zwingend wieder. So, drunter her hier. Wow, wow, wow. Oh mein Gott, okay. Hä? Hier, hallo? Hallo? Bleibst du wohl unten? Komm nicht wieder. Nee, jetzt kommen sie nicht wieder. Ah doch, er kommt wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir da ins... Oh, wir können ins Wasser. Wir können ins Wasser. Yay. Und wir können auch in die Kanonen reinspringen und so weiter. Yay. Es wird immer besser hier. Wir haben so viele Möglichkeiten, um zu sterben. Ersaufen und zerquetscht werden und erschossen werden und von Schraubenschlüsseln kaputt gemacht werden. Ah Gott, oh Gott, oh Gott. Lasst ihr mich bitte in Ruhe. Ich möchte doch einfach nur zu eurem finsteren Herrscher und da meine Prinzessin retten und ihm noch so einen kleinen Arschschritt verpassen. Ist das denn zu viel verlangt? Ich bin doch nur ein... Oh Gott. Himmel hilf. Irgendwann hat man so ein bisschen dieses Timing raus, wann die Kanonen feuern, nachdem sie erschienen sind. Also da gibt es ja durchaus so ein gewisses Timing, das man haben kann. Ja, und hier haben wir also wirklich, was ich an Autoscrolling-Leveln am meisten hasse. Wir hatten es eben schon bei der großen Kanone. Manchmal ist es besser, nach vorne zu gehen und manchmal ist es besser, möglichst weit hinten zu bleiben. Damit man sieht, was auf einen zukommt. Und man kann es vorher einfach nie so wirklich wissen. Okay. Was erwartet uns hier? Bum, bumm. Danke. Ich dachte schon, es ist wieder so ein Boomerang-Bruder oder irgendwas anderes Gefährliches. Aber solange du es nur bist, mein lieber kleiner Freund, ist ja alles gut. Oh. Wuh. Haha. Ja. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich, diese Welt. Jeder kleine Fehler kann einen fertig machen. Und man hat nicht viele Hilfestellungen. Nicht viele. So. Ja. Dieses kleine Tor da oben würde ich natürlich sehr gerne öffnen. Und jetzt werdet ihr gleich herausfinden, warum ich wirklich glaube, dass dieser Ort die absolute Hölle ist. Oh. Also normalerweise wird man auf einem von diesen drei Feldern, auf die man tritt, von so einer Hand drunter gezogen. Mindestens auf einem. Manchmal sogar auf allen dreien. Okay. Wir hatten scheinbar richtiges Glück gerade. Meinetwegen. I'll take it. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr seht schon. Das hier ist Autoscrolling. Irgendwie natürlich nach meinem Geschmack, weil es wenigstens schnell vorbeigeht. Auf der anderen Seite nicht nach meinem Geschmack, weil es schnell ist. Und dadurch gefährlich. Und wir springen volle Kanne natürlich in diesen Schlüssel rein. Schraubenschlüssel. Oh mein Gott, ja. Und ihr... Ah, jetzt seht ihr. Jetzt werden wir wieder reingesogen. Haha. Kriegen wir hier vielleicht wenigstens irgendwie so ein richtig schönes kleines Untergrund-Level-mäßiges Power-Up oder so. Komm schon, du nettes Untergrund-Levelchen. Das kannst du doch. Du kannst uns doch hier wohl so ein Power-Up geben. Oder ja gut, ein paar extra Leben wären natürlich auch nicht verkehrt in Form von Münzen. Aber komm schon, ein Power-Up. Ich möchte einen Pilz oder irgendwas, was mich leben lässt. Ja, scheint nicht so. Oh, doch. Uh. Schön. Oh, ein Blatt. Oh, motherfucking yes. Besser als uns gar nicht treffen können, wenn wir jetzt in das... Ja. Aber ihr seht, dann werden die Level wenigstens für uns gekennzeichnet, dass wir sie geschafft haben. Oh Gott, hier haben wir das Cheep-Cheep-Brücken-Level. Es muss natürlich in jedem 2D-Mario irgendwann vorkommen, oder? War ja mal wieder klar. Oh. Oh, wir werden getötet. Yay. Das wollte ich natürlich. Das war genau mein Plan. Nochmal. Okay. Wir werden nochmal runtergezogen. So. Okay. Gut. Gut. Nein, lasst mich in Ruhe, ihr Fische. Hallo? Könnt ihr bitte aufhören, mir entgegenzuspringen? Ihr habt gruselige Augen und habt euren Mund so komisch offen. Knabbert bitte nicht an meinem Ohrläppchen. Es wäre mir sehr unangenehm. Ich merke schon, ich sollte meine Medizin mal wieder nehmen. Ja. Und ich sollte nicht so schnell rennen. Oh, cool. Diesmal hat es geklappt. Na ja. Ihr seht also, ein bisschen zufällig die Chance runtergezogen zu werden, ist meiner Erfahrung noch höher als die nicht runtergezogen zu werden. So. Aber mit dem wundervollen Tanuki-Schweif sollte es eigentlich möglich sein, hier lebendig durchzukommen. Ihr merkt, das Ganze erhöht unsere Überlebenschance ungemein. Ja. Unser ganzer Glumping-Skill ist jetzt wieder wertlos geworden gerade. Ah, ja. Warum mochte ich dieses Spiel hier nochmal? Oh, jesses. Ja, Vorsicht. Irgendwie ist mir das gerade alles ein bisschen zu... Ah, zu flott. Nein! Oh, nee. Oh, Mann. Scheiße. Ah, warum bin ich da nicht einfach gesprungen? Da hatte ich wieder zu viel Angst gehabt, um weiter zu springen. Äh. Aber diese... Diese Schloss da, das möchte ich schon ganz gerne noch öffnen, weil dann müsste ich diese ganzen anderen Level nicht wieder machen. Hä? Also jetzt ganz im Ernst. Solange ich über diesem Viech bin, ja? Sollte es mich nicht treffen dürfen. Das war jetzt wirklich Bullshit vom Spiel. Ah, aber seht euch diesen Effekt da im Hintergrund an diesen... Diesen Leuchteffekt. Herrlich, ey. Wundervoll, wundervoll. Also, ja. 16-Bit haben diesem Spiel mehr als gut getan. Und ich finde wirklich, das hier ist das... Ja, das bestaussehendste 16-Bit-Mario, das es gibt. Hands down. Besser als Super Mario World, das einfach am Anfang des Super Nintendo erschienen ist. Und insofern schon eine... Oh, noch ein Blatt. Sehr gut. Einfach eine... Ja, von Natur aus eine etwas schwierigere Position hat, was das angeht. Äh. Bevor wir dieses Blatt jetzt nutzen, möchte ich ganz gerne nochmal hier rein. Und zwar nur mit dem Pilz, damit wir das Blatt nicht verschwenden. Ich möchte die Power-Ups nämlich nach Möglichkeit... ...aufbewahren für... ...Momente, wo wir sie wirklich zwingend brauchen. So. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich fühle mich schon wieder wie Cleveland. Nein, 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 nein. Okay. Gut. Oh Gott. So. Hier sind wir schon mal gekommen. Das ist gut. Das wollten wir auch. Oh. Oh mein Gott, war das knapp So, zu dir komme ich auch noch rauf Und hier komme ich rüber Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ah Mist, jetzt hat es natürlich wieder nicht geklappt Das war einmal wieder klar Gut, nehmen wir uns also das Blatt hervor Und versuchen wir jetzt noch einmal Dieses blöde Luftschliffe-Level hier zu lösen Ich mag dieses Luftschliffe-Level nicht Ich würde ja sogar fast schon sagen, wir packen jetzt mal den Hammerbruder aus Aber, den Hammerbruderanzug Aber leider wird der uns ja auch nicht so viel bringen Denn naja, der Hammerbruderanzug, der Naja, der kann halt Hämmer werfen Aber das hilft uns ja nicht gerade Oh Gott, war das knapp Das hilft uns ja nicht gerade gegen Ja, gegen weite Sprünge, die wir machen müssen Da ist der Anzug leider nicht so gut für geeignet Ich meine, der könnte sicherlich den einen oder anderen Maulwurf voll besiegen Bevor der seinen Schraubenschlüssel werfen kann Aber, oh nein Ah Mist Okay Haben wir nochmal hier drauf Oh nein, 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 nein Ah, Mann Das ist doch einfach nicht mehr fair hier Manchmal Also ganz ehrlich Äh, ja Geht das? Nein, leider nicht Schade Da wollte man mal klicken Und dann geht's natürlich wieder nicht Super Dankeschön, Spiel Aber wer weiß Vielleicht Hilft es mir ja Dass ich der kleine Mario bin Nein, natürlich nicht Tja, was soll ich da noch groß zu sagen Probieren wir mal Ah, hier runtergezogen zu werden Genau Denn wenn wir jetzt noch so Oh mein Gott Feuer, Brüder Ich glaube, ich wurde hier noch nie runtergezogen Ich wusste gar nicht, dass es Dass es hier Feuer Brüder gibt Hallo Genau Spring da hoch Bruder Des Feuers Dankeschön So Nochmal ein Pilz Genau Okay Das wollte ich So Hm Ah, nein Warum tötest du mich? Warum? Warum bist du so fies? Ah Und hoffentlich kriegen wir hier jetzt ein Blatt Und schlaffen dann gleich dieses blöde Level Ah Ein Glück Das wäre echt super hilfreich Oh, das heißt aber auch Das mit den Blättern hat sich jetzt soweit Ah Gott Ich habe Angst Ich habe einfach nur Angst davor Der Vorstandzug hilft uns auch nicht weiter Nichts hier hilft uns weiter Das ist ja das große Problem Nichts kann uns hier wirklich helfen Letzten Endes Außer, ja eigentlich Außer wirklich möglich Soweit wir können irgendwie vorne zu bleiben Und Maulwürfen und all das Zeug Möglichst frühzeitig zu erledigen Bevor die uns mit ihren Schraubenschlüsseln In die Quere kommen können Mehr fällt mir jetzt leider auch nicht ein Was wir machen könnten Okay Probieren wir die Technik halt Möglichst aggressiv an das Level rangehen Und uns selber zu sehr in Gefahr zu bringen Ah So Bisher klappt das auch ganz gut Und jetzt wo ich das gesagt habe Wird es wahrscheinlich gleich überhaupt nicht mehr gut klappen Im Gegenteil Ah Mist natürlich Ich sag es doch Ah 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 Fuck Diese Blöden Mistviecher Und wir sind bei der Röhre Oh mein Gott Was ist dahinter Was ist dahinter Ein Boom Boom So Boom Boom Komm Enttäusch mich nicht Du warst bisher die größte Enttäuschung in Bowsers Armee Und danke Du bist es immer noch Du bist mein Held Einfach weil du scheiße bist Dankeschön Ah Damit müsst ihr jetzt eigentlich Ja Dieses Tor aufgehen Perfekt Und wir kommen endlich weiter In den nächsten Abschnitt Yay Ein bisschen rutschen Ich mag das übrigens Dieses Rutschen Das habe ich noch gar nicht erwähnt Oder Ja Meine Besten Das war heftig Das gebe ich zu Diese Welt hat uns schon einige Leben abgenommen Und jetzt ist alles hier dunkel Wir sehen nichts Und wir nähern uns mehr und mehr Ja dem großen Finale Aber in dieser Folge wird das doch nicht der Fall sein Denn ich denke das ist ein sehr guter Punkt für einen kleinen Cut Ja in dem Sinne meine Besten Ich bin Marc Ich hoffe diese Folge von Let's Play Super Mario Bros 3 hat euch gefallen Und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao